Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es auf jeden Fall mal wieder einer der geilsten Formate meiner Meinung nach. Das Ganze ist mittlerweile schon zwei Monate her, das letzte Video, aber es ist halt einfach einer meiner Lieblingsformate. Und zwar handelt es sich bei diesem ganzen Format um das Setups-Transformationsformat. Wir haben da einige Teile online. Jeder Part ist übertrieben nice. Eure Vorher-Nachher-Bilder zu sehen, ist immer wieder sehr, 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 sehr fresh. So könnt ihr heute auch schon wieder extremst gespannt auf die Episode sein. Ich habe jetzt schon ein bisschen reingeschaut und wir haben so krasse Setups am Start. Aber wenn du jetzt halt auch bei diesem Format mitmachen willst, dann check einfach mal die Videobeschreibung ab. Dort ist der erste Link. In der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Discord. Dort einfach drauf joinen und ein Bild vom Vorher-Nachher oder am besten ein Video Vorher-Nachher. Wie ihr es mir schicken wollt, aber halt einfach im Querformat und dass man es halt gut erkennen kann. Videobild, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Da könnt ihr dann entweder in den Setups oder Setups-Transformationskanal natürlich das Richtige dann einfach reinschicken. Vorher-Nachher oder halt im Setups ein normales Bild. Ansonsten willst du mich jetzt noch mega, mega supporten, wenn du jetzt einen Kommentar für den Algorithmus da lässt. Die Glocke aktivierst, den Kanal... Den Kanal likest? Das Video likest, das wird mich auf jeden Fall mega, mega supporten. Ansonsten habt ihr jetzt halt viel, viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Let's go! So Freunde, hier haben wir jetzt halt das allererste Setup für heute am Start und wie ihr sehen könnt, das ist das Vorher-Bild. Also jetzt hat nicht abschrecken lassen, das ist das Vorher-Bild. Ihr seht super, super krass unaufgeräumten alten Monitor hat er hier quergestellt, damit er halt zwei Monitorier hat. Das Case ist jetzt auch noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Man kann hier auf jeden Fall einiges rausholen und jetzt seid auf das Nachher-Bild gespannt. Freunde, so sieht das Ganze jetzt im Nachher-Bild aus und wir können schon direkt ein neues PC-Case erkennen. Einen neuen Monitor, der er sich dazu geholt hat. Außerdem hat er jetzt sein Mikrofon um einiges besser angeordnet, wenn man sich das Ganze mal mit dem Nachher vergleicht. So sah es davor aus mit dem Mikrofon und so sieht es jetzt aus. Also da hat er auf jeden Fall einiges rausgeholt, meiner Meinung nach. Also kann ich hier wirklich sagen, haben wir jetzt schon mal direkt eine geisteskranke Transformation am Start. Hier die Matten im Hintergrund, sieht alles mega, mega fresh aus. Einfach perfekt gelöst alles, sieht cool beleuchtet aus. Ist ein klassisches, perfektes Setup, wie man es halt öfters schon sieht. Aber ich denke mal so, so zum Privaten, zum Zocken ist es jetzt einfach sehr, 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 sehr geil geworden. Wir haben jetzt halt einfach kurz eine kleine Transformation, die ich euch zeigen will am Start. Hier sieht man halt PC, alles ein bisschen unaufgeräumt, kann man einiges noch rausholen. Und so sieht das Ganze dann halt im Nachher dann aus, sieht um einiges besser aus. Wie ihr hier sehen könnt, hängen jetzt die Monitor an der Wand drüber, ist ein Fernseher-PC, hat er um einige neue Teile. Hier hat er dann GoXLR Mini, glaube ich, heißt das Ganze, Mischpult da hinten. Und dann hat er hier ein heftiges Mikrofon am Start. Da hat er dann auf jeden Fall eine krasse Transformation rausgeholt von den Teilen her. Vom Design, denke ich mal, kannst du da auf jeden Fall noch einiges ändern. Aber so ist es auf jeden Fall schon um einiges cooler. Hier haben wir von flush.exe das Bild von 2018. Also so sah sein Setup vor vier Jahren aus, Freunde. Vor vier Jahren sah sein Setup so aus. Dann kommen wir jetzt weiter in 2019. Hier ein Bild von 2019, hat sich auf jeden Fall schon gut was geändert. Jetzt sind hier LEDs, aber es ist noch das größte Chaos bei dem Setup. Also da kann man einiges rausholen. Und jetzt haben wir die Bilder von Oktober 2021 am Start. Es kam so viel krasser Shit dazu. Wie ihr hier sehen könnt, hat er jetzt da drei Monitore, einen nice PC-Case. Hier der Hintergrund ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das Einzige, was ich direkt dir sagen kann, Bro, tu diesen Galaxy-Ding runter von deinem PC. Ist nicht so geil. Ich kann jetzt halt mal ganz kurz meinen Star-Projektor-Ding anschalten. Wie ihr jetzt, denke ich mal, im Hintergrund sehen könnt, habe ich jetzt das ganze Teil eingeschaltet. Ich habe es jetzt halt hier auch auf meinem Tisch hier stehen. Also das Ganze ist auf jeden Fall empfehlungswert. Aber ich habe jetzt eigentlich normalerweise einen anderen Platz. Und zwar steht das ganze Teil eigentlich am Boden und strahlt so ein Galaxy-Effekt über mein Bett aus. Also ich kann dir auch wirklich empfehlen, das da runterzustellen. Weil ich finde, das Teil sieht halt einfach auch, vor allem diese Kugel jetzt halt hier, die man hier auf diesem Bild sieht, sieht einfach nicht so nice aus, dass man die da auf seinem PC stehen lassen muss. Aber ansonsten sehr, sehr geile Transformation. Freunde, ich sehe gerade, der Typ hat halt einfach noch so ein, keine Ahnung, was er da am Start hat. Irgendwas halt zum irgendwelchen Rennspielespielen und alles. Hat er hier am Start mit einem Lenkrad und so weiter, mit so, so geilen Sachen, hat er sich da so zusammengebaut. Extrem, extrem cool, meiner Meinung nach. Wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Sieht sehr, sehr fresh aus. Hier sieht man das Ganze jetzt nochmal bei Licht. Auch wirklich sehr, sehr cool. Freunde, kommen wir jetzt zu meiner Meinung nach einer der geilsten Transformationen. Und zu einer Sache, die ich halt actually am überlegen bin, mir auch zu kaufen. Weil ich finde, das sieht halt einfach so mega, mega funny aus. Und zwar haben wir jetzt halt das Vorherbild am Start. Und beim Vorherbild können wir einen so, so geilen Stuhl erkennen. Ich denke mal, also ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht falsch liege. Aber ich glaube, das ist ein RGB Gaming Stuhl. Finde ich, ist eine sehr, sehr lustige Idee. Ja, dann haben wir jetzt halt hier im Hintergrund halt einfach einen Monitor ganz normal beleuchtet mit so einem Bild drüber. Also ich denke mal, da kann sich jetzt halt einiges verändern bei dem Setup. Und ja, wir schauen auf jeden Fall jetzt halt mal rein in die Gaming Setup Transformation. Holy shit. Geil. Also von dem Farbtechnischen her könnte man wirklich meinen, das ist so, ich weiß nicht, so ein Werbebild für eine Tastatur irgendwie von Razer oder sowas. Weil es sieht halt einfach sehr, 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 sehr geil clean aus. Man sieht hier zwei Kabel, dann vom Monitor noch. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was ändern. Maustastatur hat sehr, sehr geile RGB Farben. Am PC auch alles in diesem blau-weiß-lila-violett-Ton gehalten. Sehr, sehr cool. Der Kühlschrank auch sehr, sehr fresh. Und meiner Meinung nach ist das halt der Inbegriff von dem, wie du dir halt mit nicht sehr viel Geld und nicht mit 100 Milliarden Schlickschnack-Sachen einfach ein geiles, gemütliches Gaming Setup einrichten kannst. Also schon sehr, sehr cool. Warte mal, das geht noch weiter, Freunde. Das geht noch weiter. Hier ist dann ein, noch ein Nachher-Bild. Hier oben mit jetzt Nanoleaves. Jetzt hat er hier oben halt Nanoleaves wirklich am Start. Auch nochmal seitliche Sicht. Sehr, sehr cool. By the way, ich feiere es auch, dass das Bild halt ein bisschen hochauflösender ist als das von anderen Leuten. Also achtet da wirklich drauf. Es ist für mich echt sehr, sehr geil, wenn die Bilder eine geile Auflösung haben. Aber es kommt noch ein Nachher-Bild. Und so, das ist jetzt das allerfertige Setup. Ja, ich kann jetzt eine Sache, muss ich direkt sagen. Ich weiß, ich, das müsst ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, ne. Aber ich weiß nicht, ich kann mich mit diesem PS4-Logo nicht so geil anfreunden. Weil ich finde, es sieht einfach nicht so krass hochwertig aus, wie halt alles andere hier mit dem Setup. Mit den Nanoleaves, mit den Monitoren. Sieht alles cool aus. Ich würde ja auch gar nicht eine Tischhalterung hier empfehlen für die Monitore, weil es halt auch so gut genug aussieht. Aber, ja, doch, doch, eigentlich, es passt schon rein. Aber ist jetzt halt nicht so mein Fall, das PS4-Teil hier. Äh, ja, Setup-Transformation, sehr, sehr gut gelungen auf jeden Fall. Sehr cool. Ich sehe hier gerade im Channel, hier hat einmal einer ein Vorher-Bild. Also da hat er ein bisschen, konnte er auf jeden Fall selbst was verändern. Und dann hier das Nachher-Bild hat er so eine Wolkendecke als Hintergrund. Das Bild ist jetzt halt nicht geil, weil es im Hochformat ist. Aber ich wollte es euch trotzdem kurz zeigen. Ja, eine Wolkendecke kann auch wirklich schon ein sehr, sehr geiler Hintergrund sein. Also so als kleine Inspirations-Idee, falls ihr sowas sucht. Eine Wolkendecke ist auf jeden Fall, äh, ja, ist auf jeden Fall eine geile Option als Hintergrund für die Monitore. Wirklich. So, haben wir jetzt halt hier mal wieder so ein klassisches Setup-Transformations-Ding am Start. Hier im Vorher-Bild, er hat schon einen sehr, sehr starken Gaming-PC, denke ich mal, am Start. Äh, ja, hier mit einem einzelnen Monitor, LED-Stripe unter dem Tisch. Hier hat er nochmal ein paar geile Sachen an der Wand dran. Ja, Maus, Tastatur, ich denke mal, beides ist von Razer. Aber kommen wir mal zu dem ganzen Nachher-Bild. Und ja, hier haben wir jetzt halt eine Sache, die ich dir sofort empfehlen würde zu ändern. Und zwar ist es der Tisch. Der Tisch gefällt mir gar nicht. Null, null, null. Alles andere ist sehr, sehr cool. Digga, hier oben die Barkar, die Flasche, absolute Legende. Hier noch die Teile von seinem PC überall stehen. Und dann hier einmal nochmal Nano Leafs drüber. Ja, also, ich würde dir wirklich eine Sache raten. Also, stellt euch mal das Setup jetzt halt vor, okay? Mit meinem Tisch beispielsweise, okay? Einfach mit meinem Tisch eine Ikea-Tischplatte mit zwei Alex-Regalen beispielsweise. Und dieses Setup wäre eine 10 von 10. Also, das würde ich noch ändern. Amsonsten, sehr, sehr coole Transformation. So, Freunde, jetzt haben wir etwas am Start, wo halt eher in Richtung Geschmackssache geht. Also, es trifft jetzt halt nicht so krass meinen Geschmack von einem Gaming-Setup. Aber so, es sieht halt trotzdem meiner Meinung nach geil aus. Aber ich mache euch einmal selber eine Meinung. Und zwar haben wir jetzt halt hier einmal das Vorher-Bild. Und da könnt ihr sehen, da kann man gefühlt alles verändern. Also, es ist kreuz und quer alle Kabel. Da steht irgendwie ein Laptop und da hinten hängt eine Gitarre und sowas. Es ist kreuz und quer durchgemischt. Und kommen wir jetzt halt mal zum Nachher-Bild. Und so sieht jetzt das ganze Setup im Nachher aus. Da ist meiner Meinung nach, ich kann euch noch ein anderes Bild zeigen, so eine holz-weiß-schwarze Optik gewählt. Ist jetzt absolut nicht so mein Ding. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber es sieht, denke ich, also es sieht schon auf gar keinen Fall schlecht aus. Aber es wäre jetzt nicht meine Wahl für ein Gaming-Setup. Aber trotzdem sehr, sehr cool. So, Freunde, jetzt haben wir mal ein Vorher-Bild am Start von jemandem, den ich tatsächlich sogar aus meinem Discord kenne. Vom Jaden haben wir jetzt halt hier einmal ein Bild am Start. Es sieht schon, ich feiere einfach, wie geil hochauflößend das Bild ist. Sehr, sehr cooles Setup von dir auf jeden Fall, was du hier am Start hast. Sieht schon alles hier mega, mega fresh beleuchtet aus, mega clean. Das Einzige, was mich hier ein bisschen abfragt, ist das Kabel dort. Aber wir gucken mal ins Nachher-Bild rein. Wir haben hier noch ein Bild am Start. Also, wir haben noch ein Vorher-Bild jetzt hinten von seiner Chill-Ecke, denke ich mal. Hier oben hat er so einen LED-Blitz, dann so einen Sternenheiz. Sternenhimmel und alles am Start. Geil beleuchtete Couch und sowas. Aber jetzt kommen wir zum letzten Nachher-Bild. So, Freunde, und so sieht das Ganze jetzt im Nachher aus. Er hat jetzt hier seinen Sternenhimmel einmal auf seine PC-Ecke sozusagen gerichtet. Er benutzt als Hintergrund für seinen Monitor sein eigenes Setup, was ich eigentlich mal gar keine so schlimme Idee jetzt finde persönlich. Ich denke mal, ich werde das vielleicht sogar auch machen, dass ich mir das so erstelle, dass ich sozusagen auf meinen Monitoren so gestretched mein Setup nochmal habe. Ist eine coole Idee. Er hat jetzt halt hier den LED-Blitz. Hat er einmal jetzt halt hier so am Start. Und dann sieht man hier halt Nanolives, die er sich nochmal dazu gekauft hat. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool geworden. Hier sieht man dann nochmal so seine Ecke, hier wo er halt chillt. Ja, hat sich jetzt halt auch gar nicht mal so viel verändert. Aber wollte ich euch einfach mal zeigen. Ja, sieht mega, mega cool aus. Ich würde mir aber hier auf jeden Fall nochmal einen zweiten Monitor dazu kaufen. Das wäre, denke ich mal, noch so eine Option, damit es perfekt aussehen würde. Und das Kabel, bitte, tu dieses Kabel hier weg. Das triggert mich ja so krass. Holy shit. Freunde, das soll es jetzt aber auch schon mit diesem Video gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich mega, mega freuen, wenn du jetzt diesen Kanal abonnierst. Falls du es noch nicht getan hast, Video nochmal Likes, schaust, ob das Like da ist, ein Kommentar für den Algorithmus. Würde mich alles mega, mega krass supporten und diesen Kanal weiterbringen. Ja, ihr würdet mich dann einfach auf meiner Reise begleiten. Würde mich mega, mega krass supporten. Ansonsten, kurzes Wort nochmal zum Schluss. Euch fällt natürlich auf, dass ich immer von den krassesten Setups ausgehe und davon ausgehe, dass die Leute natürlich das Geld und sowas für alles haben. Aber natürlich sind das Ganze nur Tipps und meine persönliche Meinung. Und ich kann ja nicht eure private Situation sozusagen wissen oder wie viel Geld ihr überhaupt für euer Setup ausgeben wollt. Daher nehmt das Ganze auf jeden Fall nicht zu krass ernst oder zu krass persönlich. Das Ganze ist nur meine Meinung und ich will euch wirklich nur 100% ehrliche Tipps zu eurem Setup geben. Äh, what the fuck. Ihr könnt auch natürlich auf einem ganz normalen, einfachen Monitor geil zocken und Spaß haben und sowas. Aber hier bei dem Format geht es hier einfach vor allem darum, wer einfach so das aller, aller geilste Setup hat. Das war noch ein kleiner Disclaimer jetzt von meiner Seite. Ansonsten habt jetzt einen wunder, wunderschönen Tag. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao. Ciao. Ciao.